Jo, Schalimpchen, Gemeinde, Community, wir spielen wieder eine Runde Last Empire Wars Set. Ja, zum Thema Minen. Ja, wenn man jetzt eine Mine einnimmt von einem anderen Spieler, auch nur wenn es halt für Upgrade ist, geht man ja automatisch in den PvP-Modus über, wie ihr das hier seht. Wie ihr verhindern könnt, dass ihr, oder wie ihr dann trotzdem Protection machen könnt und trotzdem die Mine einnehmen könnt, ja, da einfach mal so als Tipp die zweite Basis mit dazu stellen, mit der ersten Basis die Mine einnehmen, dann mit der zweiten Basis noch einen Trupp hinterher schicken, mit der Mainbase wieder wegporten, so dass der zweite Marsch, also von der Second Base, der Marschmarsch die Mine occupied, also einnimmt. Ja, und schon könnt ihr mit eurer Mainbase euch wieder protecten und alles ist gut. Da der Protection Schutz während des Einnehmens bei der Mainbase nämlich aktuell komischerweise eben nicht mehr funktioniert, ist das halt eine Variante, wie ihr das umgehen könnt. Ja, dachte ich, ich teile das mal und sage euch mal, dass man das halt auch so letzten Endes, ja, machen kann. Ja, so viel dazu würde ich sagen. Das war's schon. Haut rein! Ja, bitte. Das war's schon mal. Ja, da mental detective fürs, über delftstein Leben oder demreif. Und dann aber sehen. Jetzt aber sonst noch was wir. Ichchine blickung ja, wuuh, ja.